Ich bekomme gerade das Signal, die Judges sind soweit. Das nächste Team steht schon hier zu meiner linken, weiße Hosen, rote Shirts. EFC Karlsruhe dabei bei der Europameisterschaft und es kommen Dominik Weißenberger, Alexander Leist und Heiko Vogt. Eins der Weltklasse-Teams, die haben auch gute Chancen, wenn sie denn zusammen auf die Weltmeisterschaft fahren würden. Aber leider, leider müssen manche Leute dann woanders arbeiten gehen, Geld verdienen und dann kommt man eben nicht in die USA. Aber vielleicht nächstes Jahr Geld sparen, Zeit jetzt sparen und dann geht es nach Südamerika. Eure Time Calls bitte noch, Jungs? 20 Uhr und Time Call. Alles klar. Schön langsam, immer mit der Ruhe. Players, sagt, wenn ihr fertig seid. Okay, Musiker. Okay, jetzt kommt der Ruhe. Das war's. 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 Das war's.